willkommen zurück zu einer weiteren runde zombie so gespeichert hatten wir denn wo jetzt uns richtung buckingham palace begeben kann ich einfach hier muss ich von hier aus irgendwo hingehen oder wie gesagt das wird mir hier ein bisschen anders angezeigt du musst rein in den buckingham palace nur so kommen wir an bessere waffen und vorräte selbst wenn es von testbollen bin ich okay nimm die passagiermarke soll hier draußen irgendwo sein dann schauen wir mal okay ganz cool bleiben so jetzt können wir auch die barrikade entfernt haben wir jetzt den schicken hammer hallo aber war nicht hier eigentlich noch ein zombie wer hat den denn da hingepackt und warum finde ich hier so viele bretter okay haben wir hier sogar noch munition ich glaube ich sollte immer öfters mit dem scanner arbeiten damit mir das besser angezeigt wird na gut hindurch kann ich das ding mitnehmen okay weiß jetzt nicht ob das so sicher wäre jetzt darauf die zu schießen dunkel hier oder ob es nicht besser wäre sie so auszuschalten also kann ich sie leider nicht erfassen das heißt muss das so machen sind das wirklich nur die zwei oh gott der mich jetzt gesehen oder nicht ja da hat mich gesehen das heißt wir haben keine andere wahl okay es war aber nur einer gut er ist leer alter wie viel das sind doch aber nicht alles zombies oder wenn ich jetzt irgendwie mit einer schusswaffe anfangen zu schießen habe ich das übelste problem denn es soll auch noch einer unten sein wir könnten noch von hier aus hier runter gehen vorsichtig sind dann sehen wir ihn doch auch oder okay das war nur eine maus alter ich hoffe da ist wirklich niemand und du bist der einzige da vielleicht sehe ich jetzt aber keinen vorsichtig naja komm her alter bis jetzt ist keiner da und er ist leer kapten cricket schläger ich weiß ihn einzusetzen bitte lass es mäuse sein das können meinetwegen auch kakerlaken oder spinnen oder irgendetwas anderes sein muss ich hier lang naja das sind alles mäuse okay die sich jetzt alle anders verteilen kurz mal scannen okay hier haben wir nochmal holz sollte hier aber niemand sein jetzt gehen oh nee oh okay ist nur eine etage höher sonst nichts aber ich frage mich warum können wir eigentlich äh Türen vernageln werden wir das brauchen ich weiß nicht hier ist auch nichts weiter was ist dunkel da ich hab's doch gerade klappern gehört hallo alles wäre anders gekommen hätte man auf John Dee gehört aber als er sah was uns bevorsteht war Elisabeth bereits tot und Jakob der erste hatte nichts übrig für Propheten und Alchemisten er war so von schwarzer Magie besessen dass er ein Buch über Dämonologie schrieb und Hexenjäger durchs Land schickte um Hexen und Zauberer zu verbrennen die musste sich verstecken ach die sind lang wir müssen Also hier brauche ich nicht weiter suchen. Ich hoffe ihr bleibt liegen, weil hier müsste ich lagen. Vorsichtig, ne wir müssen hier lang, ach du scheiße, immer mal wieder scannen, vorsichtig durch, ja nochmal, aber alle haben auch keine Beute, na gut, schön liegen bleiben. Ich will das Licht auch jetzt nicht anmachen. Oder? Können wir uns das leisten? Eigentlich schon. Ok, ich scanne nochmal. Scheint bis jetzt alles in Ordnung zu sein. Ok, die bleiben alle liegen. Objekt. Ah, da habe ich ein Objekt vergessen. Jetzt machen wir nochmal Licht aus. Die ist geöffnet und da müssen wir durch. Na gut. Hallo? Ah, wieder gute Idee. Geh in die Kanalisation. Oh, schön. Was schön dunkel ist, wo man kaum was sieht. Zu den Zombies. Ach ne, wir sind noch gar nicht Kanalisation. Aber ist unter der U-Bahn nicht eigentlich immer eine Kanalisation gewesen? kurz mal checken hier. Ist aber nicht zu sehen. Ist bis jetzt alles frei? Ok, ja. Zugangswartungstunnel. Ok, den können wir einfach mal nehmen. Dann tun wir dies doch auch. Da ist immer so angespannt. So. Naja. So, ab jetzt habe ich auch kein Radar mehr. Celery. Aha. Da sollen wir weiter. Irgendwas knatzt hier so komisch. Hopp. Ok, jetzt nur die geöffnete Tür. Warum muss ich da rein? Ok, bis jetzt nichts zu sehen. Mach mal Licht an. Damit ihr auch was seht. Oh, ist das doof. Warum müssen es Treppen sein? Ok. Tür. Irgendwann wird hinter irgendeine Tür. Wo wird es sein? Ich habe es doch gewusst. Da haben wir ja eine Kamera. Aber. Die hilft mir gerade nicht. Ok. Wo ist irgendwas? Infizierte. Ok. Ok. Let's go. Okay. Der Halles hat seine Vorzüge. Das ist nicht nur ein Gebäude, das ist eine Festung. Ein Hoch-Sicherheitstrack. Du kannst bei einem Arsch verwenden, dass die jede Menge Waffen und Munition bunkert. ganz leise und schnell hat keiner mitgekriegt so können dann brauchen wir dich ja nicht du bist der kann man hier ein bisschen mehr kennen hier jetzt gerade im innenhof oder wie nächste treppe das meine ich werden sind böse aber nicht mit uns das reicht tschüss als er die musik herzkasper pur tür mit vorhin geschlossen dietrich erforderlich hat auch nichts zum plündern gehen wir einfach mal weiter wo soll ich denn jetzt ein dietrich herkriegen irgendwo ist noch einer direkt da vorne um die ecke oder es ist nur eine maus jetzt sind schon mehrere ich will ja nicht runter er hört mich doch instant ich soll ja auch noch zu ihm rein kriegen oder was sehen aber noch nicht mal es ist natürlich die einzige tür die verschlossen ist man mut genommen und einfach nur hoffen dass es eine maus ist einer von euch beiden lebt doch noch oder alle drei vorsichtig welcher wird mir jetzt hier angezeigt ok also das ist so kompliziert oder ist da oben die leiche lebendig oh man entweder rennen wir jetzt gleich in die nächste truppe rein oder aber oh man fucking duster langsam vor das werden auch immer mehr das werden nicht weniger ach jetzt sind wir hier hinter der tür keycard benutzen ok jetzt sogar ein objekt bei oha die sind hier wohl im nebenraum oder wenn immer mehr hallo da muss ich hier hoch ich habe keine ahnung ich gehe erstmal hoch will nicht wieder schon wieder so ein blödsinn bauen weh beim supermarkt oha da hört man ja gar nichts bei dem regen oder soll ich doch erstmal da unten ich weiß nicht wo ich weiter gehen soll wir folgen erstmal dem questmarker questmarker einmal scannen nichts ok vorsichtig weiterschleichen hier geht aber auch gar nichts ohne das kleine funze licht es geht noch tiefer wieder runter irgendwann um irgendeine ecke kommt bestimmt gleich einer ok hier haben wir abkürzung freischalten hoppala nee ich wollte nicht schließen machen wir erstmal akku leer hier komm 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 so abkürzung haben wir das heißt wir können jetzt auch wieder ins safe house gehen aber so wie es aussieht müssen wir ja da oben lang aber ich würde jetzt einmal kurz im safe house wenigstens einmal kurz speichern ich denke mal besser wäre es weil ich weiß nicht was mich da oben erwartet momentan ging es ja noch aber ich bin lieber vorsichtig alter mach mal hier geräusche wenn ich nach hause komme so kann mal wieder tür zu und dann würde ich sagen machen wir jetzt hier erstmal einen kleinen cut ich verstecke noch ein bisschen was in die kiste und wir sehen uns dann in der nächsten folge hoffentlich schon wieder also schaltet wieder ein und bis denn